Wir schauen uns jetzt an, wie meine Freunde und Familien auf meine frisch rasierte Glatze reagieren. So, jetzt guck dir an, was sagst du zu meiner Glatze? Herzlichen Glückwunsch. Findest du das noch sexy? Nein. Juhu. Live Reaction. Was sagst du? Sieht auch nicht schlimmer aus als vorher. Achtung. Was gibt's denn da zu lachen? Ich glaub es ja wohl. Ich find das gut. Ja. Ja.